Willkommen zum dritten Teil des Themas Modusgestaltung. Im vorhergehenden zweiten Teil habe ich euch das Modusproblem nahegelegt, also wann eigentlich ein Modusproblem vorliegt. Und jetzt in diesem Teil soll es dann weitergehen damit, wie können wir Modi zum einen vermeiden und wie können wir sie gestalten, sodass es nicht zu Modusproblemen kommt. Nochmal das Modusproblem hier und ich will vor allen Dingen auf den zweiten Teil nochmal eingehen, wann kann ein Modusproblem nicht vorliegen, denn das hilft uns zu gestalten. Es kann nicht vorliegen, wenn die Reaktion eines Interfaces auf eine Eingabe unabhängig vom aktuellen Systemzustand ist. Dann würden wir den ganzen Modus eigentlich vermeiden oder zumindest einschränken, für mehr Eingaben einschränken. Oder falls die Eingabe abhängig vom Systemzustand ist, wir also einen Modus haben, in Klammern, dieser Systemzustand dem Nutzer aber bewusst ist, dann haben wir auf jeden Fall kein Modusproblem. Was heißt das für die Gestaltung? Erschließbarkeit, interne Konsistenz und Kontinuität spielen jetzt hier eine ganz große Rolle. Vor allen Dingen die Erschließbarkeit, dass man es erkennen kann, aber auch Kontinuität, dass man die Übergänge hat. Und das ist eine ganz wichtige Forderung, beides ganz wichtige Forderungen an dieser Stelle. Schauen wir uns hier mal Beispiele an für überflüssige Modi. Modi, die wir heute eigentlich nicht mehr brauchen. Wir haben eben schon mal über CapsLock gesprochen im vorherigen Video. Es gibt auf der Tastatur, wenn ihr guckt, noch andere so merkwürdige, anachronistische Modi. Zum Beispiel oben steht Rollen. Rollen war mal dafür da, dass man, wenn man so Textsysteme hat, also textbasierte Ausgaben, wo lange Textkolonnen durchrollen, da konnte man Scroll Lock drücken, wie hier steht, und dann blieb das unten stehen. Das ist auch ein Modus, der heute keine Bewandtnis mehr hat, auch in den, glaube ich, in den meisten Programmen gar keinen Unterschied machen wird. Aber was ihr hier seht, ist die Insert-Taste. Die Entfernen-Taste an eurem Rechner, zumindest wenn ihr einen Windows-Rechner benutzt oder einen Linux-Rechner benutzt, Standard-PC-Architektur benutzt, werdet ihr die Delete-Taste wahrscheinlich oft brauchen. Auch Home und End und Page Up und Page Down mögt ihr vielleicht benutzen. Aber Insert? Wofür ist denn eigentlich die Insert-Taste? Einfügen tut man ja nicht damit. Das tut man mit STRG-V. Einfügen oder Überschreiben waren lange Zeit sehr verbreitet zwei verschiedene Eingabemodi in alle möglichen Systeme, wo man Texte eingeben konnte. Und heute braucht es die nicht mehr, denn diese Modi fallen zu einem Modus zusammen. Aber es gibt immer noch Software, die diesen Modus tatsächlich unterstützt. Und ich zeige euch mal hier eine. Ihr seht hier LibreOffice und seht, da liest es einen Text. Und jetzt passt mal auf, was passiert. Ich gehe mit dem Cursor hier hin und schreibe jetzt hier was hin und schreibe Interessanter und das ist eingefügt. Und passt mal auf, jetzt steht unten Überschreiben. Jetzt habe ich auf die Insert-Taste gedrückt. Jetzt seht ihr auch, der Cursor sieht ein bisschen anders aus, aber das sieht man eigentlich nur, wenn man das so groß macht. Und jetzt wird auf einmal überschrieben. Also anstatt, dass man dazwischen schreibt, schreibt man da drüber. Dieser Modus, diese beiden Modi sind früher mal verwendet worden, waren früher total verbreitet und funktionieren in vieler Software tatsächlich heute noch. Hier in LibreOffice funktioniert es, in OpenOffice natürlich auch, in Word mittlerweile nicht mehr. Word unterstützt das nicht mehr. Aber zum Beispiel der Windows-Editor Notepad unterstützt das, aber man sieht es gar nicht. Es wird gar nicht angezeigt. Hier wird es ja immerhin angezeigt, wenn auch an ungeschickter Stelle. Also dieser Modus ist auch so ein überflüssiger Modus, der mittlerweile längst überkommen ist. Denn was macht man denn heute? Wie hat man diese beiden Modi zusammengefügt? Des Dazwischenschreibens und des Drüberschreibens? Man hat sie durch einen Modus ersetzt, was natürlich keinen Sinn ergibt. Man hat sie also zusammengeführt und dann gibt es ja keinen Modus mehr. Nur ein Modus ergibt ja gar keinen Sinn. Nämlich auf einen Ersetzen-Modus. Und das sehen wir hier schön. Wir sehen hier mal in blau markiert, was jeweils markiert ist. Also was haben wir hier? Da steht die Eingabe und ich schreibe ab. Dann wird das markierte Ein durch Ab ersetzt und da steht die Abgabe. Die Gab ist hier übersetzt und ich drücke auf Entfernen. Dann wird genau das Markierte entfernt. Ja, und wenn ich nichts markiert habe, dann ist der Zwischenraum markiert. Nämlich genau der Bereich zwischen den Buchstaben, wo ich mit dem Cursor, mit dem Eingabe-Cursor, Carat wird das ja auch genannt, wo ich damit gerade stehe. Und dieser Bereich wird dann überschrieben. Also wenn ich dann S eingebe, dann wird aus der Eingabe die Eisengabe an dieser Stelle. Es ist immer das Gleiche. Es ist immer die gleiche Operation. Es ist immer ein Ersetzen und nie ein Überschreiben und auch nie ein Dazwischenschreiben, sondern immer ein Ersetzen. Durch das Zusammenfügen zu diesem einen Modus sind wir da hingekommen. Okay, das ist also die Vermeidung von Modi. Dadurch, dass ich sie analysiere und gucke, kann ich das nicht zusammenfassen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Technik, um Modusprobleme zu vermeiden. Denn wenn ich gar keinen Modus habe, dann kann ich ja auch schlechte Modusprobleme haben. Das ist ja mal klar. Es gibt häufig Probleme mit schwer erkennbaren Modi. Und ein Paradebeispiel hierfür ist der Editor VI, den ja vielleicht einige von euch nutzen. Alle Linux-Begeisterten unter euch und Unix-Begeisterten sind bestimmt auch VI-Nutzer. Also ein Editor auf der Shell-Ebene. VI für Visual, das habe ich in einem der frühen Videos mal erzählt, weil man eben den Text sieht am Bildschirm und den zu bearbeitenden Text am Bildschirm direkt bearbeiten kann. Aber das geht mit Unmengen an Modi einher. Und das sieht man unten mal hier aufgezeichnet, also als Automaten aufgezeichnet, welche Modi es da eigentlich gibt. Es gibt dann vor allen Dingen mal den Befehlsmodus und den Eingabemodus. Das sind schon mal die beiden Hauptmodi. Im Eingabemodus kann ich etwas reinschreiben und im Befehlsmodus kann ich Befehle eingeben. Diese beiden Modi liegen beide vor. Ich bin also im Befehlsmodus, in der Regel, wenn ich das starte, und muss dann eine dieser Tasten drücken, die hier stehen, also I oder A oder O, und das jeweils noch in Groß oder Klein. Das bedeutet immer, wo füge ich denn jetzt als nächstes ein, am Ende oder am Anfang oder an der Stelle, wo ich gerade bin und bezogen auf den Absatz oder nicht. Das soll mir jetzt egal sein. Ich wechsle jedenfalls in den Eingabemodus und kann dann tippen. Dann kann ich Escape drücken und bin wieder im Befehlsmodus. Im Befehlsmodus kann ich einige Befehle direkt ausführen, zum Beispiel welche, die zum Markieren von Absätzen und sowas funktionieren. Die kann ich dann direkt einfach eingeben, einfach Buchstaben eingeben und andere sind in dem hier Ex-Modus. Da gebe ich erst einen Doppelpunkt ein und dann kann ich unten in der untersten Zeile eine Eingabe machen für den Befehl. Och, kompliziert. Und das Problem ist vor allen Dingen, man sieht nicht so besonders gut, in welchem Modus man sich gerade befindet. Man kann schnell meinen, man sei im Eingabemodus, befindet sich aber im Befehlsmodus, fängt dann vielleicht an zu tippen und macht dann komische Dinge, weil man Befehle ausführt, die man gar nicht ausführen wollte. Oder umgekehrt, ich will solche Befehle ausführen und schreibe die dann in den Text hinein. Für die Leute unter euch, die vielleicht VI nicht kennen oder nicht wissen, wovon ich denn genau spreche, weil sich das doch alles ganz leicht erschließt, habe ich hier mal einmal ein kleines Video gemacht. Habe es auf dem Mac den VI ausprobiert, funktioniert ja auch. und dann seht ihr hier, das ist das, jetzt habe ich auf I gedrückt, bin ich im Insert-Modus und kann jetzt einen Text hier hinschreiben. Und das Interessante ist jetzt gleich, dass man tatsächlich auch Befehle eingeben kann, also den Text auch ändern kann, ohne dass man hier im Insert-Modus ist. There is text higher. There may be much more. Eigenartig. Jetzt wollen wir mal gucken, was mache ich? Ich gebe jetzt einen Befehl ein, zwei I. Jetzt kann ich unten Zeilen eingeben, die an Zeile 2 eingefügt werden und beende das mit einem Punkt und zack, haben wir da eine zweite Zeile eingefügt dazwischen. Was mache ich jetzt? Jetzt gehe ich in Zeile 3 und sage, in Zeile 3 möchte ich eine Ersetzung machen des Wortes higher durch hier und gebe Enter ein und Enter, zack, hier steht dann an der Stelle hier. So, jetzt gebe ich noch einen Befehl ein W, jetzt habe ich es abgespeichert und Q, Q beendet mir den VI. Und jetzt könnt ihr gucken, jetzt ist diese Datei dann da und das, was ich hereingeschrieben habe, ist auch tatsächlich da drin. Ja, funktioniert und ist auch unwahrscheinlich flexibel, gerade durch diese Möglichkeit, Befehle einzugeben, was auch noch mit regulären Ausdrücken funktioniert. Also da kann ich eigentlich durch so ein paar Befehle, wenn ich das wirklich beherrsche, unglaublich viel Textumformung und Formatierung machen, aber mit einer Oberfläche, die extrem Modus belastet ist und wo ich die Modi nicht besonders gut sehe, denn der größte Teil des Bildschirms sieht immer gleich aus, da ist halt der Text zu sehen und nur ganz unten habe ich immer solche Statusinformationen, wo ich dann mal sehe, in welchem Modus ich mich eigentlich befinde. Ein anderes Problem, großes Problem, ist ein unerwarteter Moduswechsel. Das ist etwas, was vermieden werden sollte und ich zeige es euch hier wieder an einem Programm, das ich euch schon öfter genannt und gezeigt habe, an Lightroom, Adobe Lightroom. Das ist ja ein Programm zur Verwaltung von Bildern und zur Raw-Datenverarbeitung, also wo ich hier Belichtungen einstellen kann und sowas alles und jetzt zeige ich euch mal, was hier passieren kann. Ich zeige euch die Bearbeitung mit Tasten, also mit der Tastatur, denn wenn man diese Software häufig benutzt, dann gewöhnt man sich irgendwann an, bestimmte Dinge mit Tasten zu machen, anstatt immer mit der Maus herumzufahren und da alles anzuklicken. Das kennt ihr selber von Software, die ihr vielleicht viel benutzt, dann macht ihr das vielleicht auch. Es gibt unterschiedliche Typen. Ich bin eigentlich eher ein Maustyp, aber hier verwende ich auch ein paar Tasten. So, was will ich euch zeigen? Wenn ich die Raute-Taste drücke, dann kann ich die Belichtung verstellen. Da kann man auch andere Sachen verstellen, aber jetzt ist es mal so eingestellt, dass ich die Belichtung verstellen kann. Wenn ich das mache, dann wird die Belichtung erhöht. Dann wird das ganze Bild also heller. Die C-Taste sorgt für einen Vergleich mit einem Referenzbild, ein Compare-Modus. Das kann man irgendwo an anderer Stelle einstellen, mit welchem Bild verglichen werden soll. Das habe ich jetzt mal gemacht. Ich drücke auf C und kriege das hier zu sehen. Das heißt, ich sehe das Bild, was ich gerade hatte und ich sehe ein anderes Bild markiert, nur dissensweise angezeigt. Und dann kann ich vergleichen und stelle fest, aha, das Referenzbild ist ja viel heller als das Bild, was ich hier auf der linken Seite habe. Ich möchte also die Belichtung erhöhen. Wie komme ich jetzt aus dieser Ansicht hier wieder raus mit dem Compare? Ich drücke noch mal auf C. Dann beende ich diese Vergleich-Ansicht und bin dann wieder hier. So, und jetzt drücke ich mal auf Raute. Und was passiert? Es passiert ganz was anderes als das, was ich dachte, denn ihr habt nicht bemerkt, ich zumindest hätte das nicht bemerkt und habe das auch oft nicht bemerkt, dass sich oben der Interface-Zustand geändert hat. Vorher war ich da in dem Bereich Entwickeln und als ich aus Compare wieder rausgegangen bin, bin ich in die Bibliothek gewechselt. Und hier bedeutet Raute ganz was anderes, denn wenn ich Raute jetzt drücke, dann ändere ich die Ansichtsgröße und verändere die Größe dieses Ansichtsbereichs. Das ist doch etwas, was sehr ärgerlich ist, denn hier hat sich der Modus gewechselt, dieser Bereich, in dem ich mich befinde, nur weil ich eine Funktion aufgerufen habe. Mit dem Aufrufen des C, dieser Compare-Funktion, habe ich auch diesen Bereich gewechselt. Und ich habe es nicht gemerkt, denn meine Aufmerksamkeit lag ja nicht da oben, sondern die lag ja auf dem Bild und das auf dem, was mir da angezeigt wurde. Das ist ungeschickt. Warum? Warum ist es nicht so, dass ich diesen Compare-Modus in beiden Modi aufrufen kann, diese Compare-Funktion in beiden Modi aufrufen kann. Oder zumindest, dass ich, wenn ich das wieder verlasse, wieder in den Modus zurückkomme, aus dem ich kam, dann könnten solche Irritationen nicht passieren. Moduswechsel ist sowieso so eine Sache. Hier ist es ein Moduswechsel, den ich nicht bemerkt habe. An anderen Stellen gibt es Moduswechsel, die ohne mein Zutun passieren. Und dazu gehört das Focus-Stealing. Das habe ich in einem der vorherigen Videos schon mal erwähnt, dass also ein Programm automatisch in den Vordergrund kommt und dann den Eingabefokus auf sich zieht. Und ich habe da schon gesagt, nein, das sollte man nicht machen. Es ging da darum, um Ereignisse. Also irgendeine Operation ist fertig. Wie teile ich das mit? Und da habe ich gesagt, ja, blinken lassen, hüpfen lassen, Tonen abspielen, aber nicht einfach in den Vordergrund drängen. Denn wenn man das macht, dieses Focus-Stealing, wie man das nennt, dann kann das passieren, was ich hier mal so dargestellt habe. Ich schreibe also im Editor, gibt nichts Leckeres als eine gebackene Banane. Ah, jetzt habe ich das Wort Banane ganz woanders hingeschrieben, in ein ganz anderes Fenster hinein. Das kann aber peinlich sein. Oder schlimmstenfalls kommt irgend so eine Software in den Vordergrund und fragt dann, möchten Sie jetzt wirklich das und das alles löschen? Oder was für eine Frage da immer kommt oder was für eine Auswahl da kommt? Und ich drücke dann Enter, weil ich in dem anderen Modus mich noch zu befinden wähne und löse das dann aus. Also ganz, ganz gefährlich. Focus-Stealing möglichst vermeiden. Das gilt übrigens nicht nur zwischen Anwendungen, sondern das gilt ja auch innerhalb einer Anwendung. Das heißt, wenn ich eine Anwendung habe und da erscheint eine Meldung, Fehlermeldung oder eine Auswahlmeldung, Fehlermeldung. Und dann kommt die ja im Zweifelsfalle unerwartet. Und wenn die dann die Eingaben direkt nimmt, zum Beispiel, also das Schlimmste ist eigentlich immer das Enter. Man ist quasi fertig und in dem Augenblick, wo ich Enter drücke, kommt gerade die Fehlermeldung und ich drücke Enter und habe die irgendwie bestätigt. Ja, was habe ich denn jetzt eigentlich gemacht? Das ist problematisch. Wie kann man das verhindern? Ja, ganz einfach ist es nicht zu verhindern, aber man könnte dafür sorgen, dass eine Eingabe direkt nach Erscheinen nicht behandelt wird. Also da könnte man für eine gewisse Karenzzeit sorgen zum Beispiel, dass so eine bei seiner ob-poppenden Meldung, dass die nicht sofort die Eingabe nimmt. Und das andere ist natürlich, dass man das auf eine Art und Weise gestaltet, dass so eine Meldung auf jeden Fall auffällt. Das heißt optisch, dass sie auffällt, aber man kann dann auch wiederum akustisch werden, das wird ja bei Fehlermeldungen auch häufig gemacht, dass dann ein akustisches Signal kommt, was einem sagt, hoppla, da ist irgendwas passiert, mach mal nicht weiter. Direkt. Das ist an dieser Stelle sehr, sehr wichtig. Modusprobleme haben auch was mit Konsistenz zu tun. Und da zeige ich euch nochmal dieses Beispiel, das hatten wir, glaube ich, ganz am Anfang in der ersten Woche schon mal, als es ja um verschiedene Ansätze ging. Und da kam ja Konsistenz auch schon mal vor. Der Taschenrechner, der Windows-Taschenrechner, indem ich jetzt eingebe 5 plus 5 mal 3 und kriege einmal 30 raus und ein anderes Mal kriege ich 20 raus, obwohl ich doch die gleiche Eingabe gemacht habe. Naja, was habe ich gemacht? Ich habe die gleiche Eingabe gemacht und bin zu einem anderen Ergebnis gekommen. Das geht so in Richtung Modus und auch die Menge der Funktionalität hier ist unterschiedlich. Also das ist der naiven Definition nach einem Modus. Und es kann auch ein Modusproblem sein, nämlich, wenn ich mir nicht darüber bewusst bin, in welchem der beiden Modi ich mich befinde und auch, dass ich da unterschiedliche Funktionalitäten habe, dieser Art. Also, dass die gleich beschriftete Funktion etwas anderes auslöst, damit muss man eigentlich nie rechnen. Auch nicht in verschiedenen Modi. Und deswegen ist das hier ein Problem. Ich sehe es nicht besonders gut und selbst wenn ich es sehe, ist es eigentlich unplausibel, dass die gleiche Eingabe der gleichen Funktionen hier zu unterschiedlichen Ergebnissen führt. Wie können wir Modusprobleme jetzt vermeiden? Wir haben jetzt etliche aufgeführt. Wir müssen Modi gestalten. Wie machen wir das? Wir können zum Beispiel die Anzahl der Modi verringern. Ich hatte euch vorhin Lightroom gezeigt und Lightroom hatte oben Bibliothek entwickeln und da kann man noch etliche mehr einstellen, aber diese beiden sind zumindest mal die Hauptmodi. Und es ist immer ein bisschen das Problem, in welchen dieser beiden Modi befinde ich mich eigentlich. Dieses ist die Software Aperture, habe ich auch schon mal erwähnt, die ja leider nicht weiterentwickelt wird. Die hat diese Modi nicht. Das heißt, ich kann in jedem Zustand, ob ich Linksanpassungen anhabe oder Mediathek oder Info und oben den Viewer auf Einzelbild oder Übersicht habe. Das kann ich beliebig kombinieren, aber es ist keins ein Modus. Ich habe also keinen Bibliotheksmodus und keinen Entwicklungsmodus. Ich kann alles überall machen. Ich kann also hier oben einfach umstellen, nach da hin und habe jetzt einen Übersichtsmodus, bin aber trotzdem links noch dabei, Anpassungen zu machen und kann die auch auf dieser Ebene machen. Das heißt, hier ist kein Modus mehr da. Ich habe oben ein paar Aussichten zur Auswahl, ich habe links ein paar Einstellungen zur Auswahl, aber es gibt keinen Modus an dieser Stelle und dann habe ich natürlich auch kein Modus Problem. Ganz wichtig, wenn ich Modi verwende, ist, dass dem Nutzer der Modus Wechsel bewusst wird. Also der Wechsel muss ihm bewusst sein und dann muss ihm bewusst sein, in welchem Modus er ist. Das sind quasi die beiden Hauptprobleme. Modus Wechsel bewusst machen heißt im Zweifelsfall einmal eine Unterbrechung einbauen, damit derjenige das merkt. Nehmen wir wieder Kino und als Beispiel, ich habe jetzt ein Element, das auf der Folienformatsvorlage ist, also auf der Ebene der Vorlage, zum Beispiel hier immer, dass unten rechts Universität Paderborn steht. Wenn ich das beändern möchte, dann muss ich ja den Modus wechseln. Das kann ich machen, indem ich einfach auf dieses Element doppelklicke und dann wird mir quasi als Shortcut angeboten, direkt in den anderen Modus zu wechseln. Aber ich wechsle nicht einfach, sondern es wird einmal explizit darauf hingewiesen. Da ist so ein Bumper drin, so ein Stopp. Und dann muss ich einmal sagen, ob ich das tatsächlich möchte oder ob ich das nicht möchte, ob ich das vielleicht versehentlich gemacht habe, weil ich vielleicht was anderes anklicken wollte, habe daneben geklickt. Das kann ja auch zum Beispiel auch passiert sein. Und dann komme ich dazu, dass ich auf jeden Fall mitgekriegt habe, dass ich jetzt den Modus wechsle. Und wenn ich den Modus gewechselt habe, dann sieht es so aus wie hier. Dann seht ihr unten diesen blauen Balken. Den sieht man sonst nicht. Sonst ist unten einfach das Fenster geht da halt weiter. Aber wenn man in dem Modus ist, wo man die Formatvorlage ändern kann, oder die Folienvorlage in diesem Falle, dann steht entsprechend unten so ein Balken dabei. Und es ist sehr auffällig, dass ich mich innerhalb dieses Modus gerade befinde. Das heißt, hier kann ich eigentlich nicht mehr das Problem haben, dass ich nicht weiß, in welchem Modus ich bin. So viel erst mal zu konkreten Gestaltungshinweisen zur Modusvermeidung. Und in einem letzten Video möchte ich euch eine Zusammenfassung geben, wo ich nochmal auch auf die Vorteile von Modi hinweise und nochmal zusammenfasse, was man machen kann, was man machen muss, um Modi gut zu gestalten, damit es nicht zu Modusproblemen kommt. Und dann geht's mit dem Modusvermeidung. und dann geht's mit dem Modusvermeidung. Und dann geht's mit dem Modusvermeidung.